Wir freuen uns immer, wenn Sie unsere Videos sehen. Hier wollen wir ein Video sein von unserem Eierkursus. Wir haben ihn hier auf dem Internet gestaltet, auf dem YouTube. Wir versuchen jeden Tag ein 8 bis 10-minütige Videos abzustellen von unserem Eierkursus. Der ganze Kursus ist ungefähr 5 Stunden und 20 Minuten lang. Wir werden ihn hier auf Einwohnung haben. Aber in den Monaten, wo wir hoffen, dass Sie dich alle sein können. Dass Sie dich in der Eierkursus kennen und mitteilen mit Ihrem Freund. Und wir freuen uns, dass Sie für uns beten würden, wenn Sie diese Sünde machen. Und wenn Sie einmal interessiert sind, dieser Kurs, dem ganzen Kursus von uns zu schreiben, Sie können uns am WhatsApp anrufen. Unsere WhatsApp-nummer ist plus 1, 519-274-981. Oder Sie können uns auf PayPal oder e-Transfer betonen, wenn Sie wollen. Unsere E-Mail ist harp.edwardklaassen.com. So, dort wird uns grünlich sehr freuen, wenn Sie dort arbeiten. Vielleicht hast du keinen Freund, vielleicht hast du keinen Nober, der Probleme mit der Eierkursus hat. Vielleicht wirst du diesen ganzen Kursus bei uns bestellen. Und dann kommst du deine Nober der Jewe. So, dass ich gerne ihre Eierkursus nicht möge. Der ist Gottesinnige Not. Wir haben dafür gebeten, dass Gott diese Videos wirklich sehen kann, dass deine Eierkursus für uns funktionieren. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn die für uns beten würden. Wir können einen Sehensender für die Menschen. Wir können so eine Video-Typ-Stelle für Jund. So, wir wünschen dir in deiner Familie noch einen schönen Tag mit Jesus. So, und ich kriege dieses Video noch ganz gut im Engen. Frau Schneentien, wer also nach Gottes Willen leiden muss, wer nur Gottes Sehenden Welle leiden muss, wer über Gott leiden muss, oder für Gott leiden muss, der soll sich nicht davon abbringen lassen, Gutes zu tun und seinem treuen Schöpfer seinem Leben anzuvertrauen. Wenn wir für Gott in welche Liede machen, du sollst uns nicht von aufbringen, Leute, wird Gäude zu tun, in unseren treuen Schöpfern uns Leben untervertrauen. Das macht euch unbedingt sehr mit mir hier. Zwei Leidensquellen. Menschen und Umstände. Das sind zwei Qualen. Das sind die Menschen, die ihr angetan habt, und das sind die Umstände, die geworden sind. Das sind zwei verschiedene Sachen. 1. Petro 2,18 Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herrn mit der notwendigen Achtung unter. Die Sklaven, die deine Herren, die Chefs, die Bossen, die Ungeordnen. Und da achtet nicht nur den Guten und Freundlichen, nicht nur den Schmuckenschäf, wo die ein wenig Propine haben, wo die ein wenig Tipps haben, nicht nur dort, sondern auch, wo die auch schlecht behandeln. Da sollst du auch gut behandeln. Sondern auch den Ungerechten, den Angerechten, demselben wie auch. Zumindest wenn die Mann die schlecht behandelt, dann sollst du aus früh nach einmal den Basten tun. Und wenn die nicht früh die schlecht behandeln, sollst du aus morgen auch. Das ist keine einfache Sache. Ich hoffe doch in Niemannsburg, wo er schlachtete ich gehen. 1. Petro 2,19 Es ehrt einen Menschen, wenn er deshalb Böses erträgt und Unrecht erduldet, weil er in seinem Gewissen an Gott gebunden ist. Dort ehrt ein Mensch ihre, wenn er böse erdreutet, wenn er schlachtet, verdreutet, in Unrecht beschuldigt wird, wer uns heute an Gott leidet, und wer uns heute an Gott gebunden ist. Dort ehrt ein Mensch ihre. Und wie trotzdem, sagt die Bibel, da wurde heute Kohle, und in dem, was er auf dem Kopf hatte, da wehen. Du sollst einen eigenen Geld behalten, wenn er dir schlecht behalten hat. Vers 20. Kann denn jemand stolz darauf sein? Konnte er uns eine Stolte absenden, wenn er die gerechte Strafe für sein böses Handeln auf sich nimmt? Er trägt aber jemand Leid, obwohl er nur Gutes getan hat? Dann findet das Gottes Anerkennung. Ich wollte nicht alle, was er sagt, kostet hier mal mitlesen. Und dann muss ich ihn auch, wenn ich das Plotisch lese, dann kann ich ihn hier die Bibel falsch nehmen, dann lasse ich ihn da drüben, auch Plotisch mit, wenn ich das alle dort fern, was er sagt, es ist alle, 1. Petrus 2,21. Denn dazu hat Gott euch berufen. Auch Christen hat ja für euch gelitten. Auch Christus hat für euch gelitten. Und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Gott hat Jesus auf diese Welt geschickt, die leid am Lieder, so dass du und ich keine geraten wurden. Wir sollen nicht dort bischen, weil folgen, was Jesus getan hat. Aber wir wollen nicht leben, weil wir leben wollen. Gott wird uns immer nur sein. Vers 22. Er hat sein Leben lang keine Sünde getan. Wisst ihr das? Dass Jesus hat den ganzen Leben keine Sünde getan. keine Sünde getan. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Niemals kam da ein leid verlaunet Wut über seine Lippe. Beschimpfungen ertrug er. Was er am ütspate deide, dort verdrug er alle. Ohne mit Vergeltung zu drohen. Er hat nicht mal drewe, dort hat er die Wut trägt alle. Gegen Misshandlungen wehrte er sich nicht. Waren sie am misshöhnen deide, deide sich nicht do jenen wehr. Er hat kunst seien, all seine Engel seien. Herr Röder ist nie alle Füt hier. Aber er deide nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an. Hei der Leiva sin lebe Gott und vertrug er, der ein gerechter Richter ist. Der Gott, der ein rechter Richter ist. Das hat er uns als Beispiel gejagt, so dass du und ich in unsere Eugen anarbeiten, nicht an die Böse jachtenbrücken. So dass du und ich da reinstellen, dass wir unsere Sünde betragen, dass wir mit unseren Eugenpartner anarbeiten, so dass wir uns nicht beschimpfen, so dass wir uns nicht beplüderen, so dass wir uns nicht beprähen, so dass wir uns nicht beprähen, Gott möchte, dass wir am Eure noch fallen. So ich möchte die Frau auf die Wut schwelle, so geht es an all diese Bibelfarge, mal auf die Engelsgesprache lesen wirst, oder auf Deutsch, oder auf Spanisch, oder auf Plotisch. Laat es dir doch mal immer. Das ist bloß eine Anleitung für Jund, so dass wir hier in der Hocke als Mann und Früh, als Familie, und das mal diskutieren. Das ist die ganze Videos, mal durch die Kiecke, und den Helgen Jeslote, die Jund hört reden. implicieren. Genau,